Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 15. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder neuen Technik-News für mich vorbereitet. Es geht um Bitcoin, um künstliche Intelligenz, um Oprah Maxx, um Facebook Marketplace, um Android 8, um Gear Fit 2 Pro, um Huawei Band 2 Pro, um Pokémon Go und um Apple Peters. Wir beginnen bei Bitcoin und das ist nur wieder quasi eine kleine Chronisten-Meldung. Nach dem Hardfork von Bitcoin am 1. August hat Bitcoin jetzt sein Allzeithoch überhaupt erreicht. Der Bitcoin knackt das erste Mal die 4.000 US-Dollar-Marke, das sind 3.450 Euro. Die große Angst, dass Bitcoin stark einschlüssen wird, war also unbegründet. Bitcoin eben auf seinem Allzeithoch überhaupt. Die ganze Währung an sich ist mittlerweile 66 Milliarden US-Dollar wert und stellt damit generell im Kryptowährungssektor quasi 48,8% des Werts. Allein in diesem Monat ist die Währung um 40% gestiegen. Wir kommen zur künstlichen Intelligenz und dort hat Elon Musk ja vor ungefähr 14 Tagen mit einer sehr markigen Aussage auf sich aufmerksam gemacht. Er war der Meinung, dass quasi künstliche Intelligenz gefährlich sei und so reguliert werden müsste. Man müsste vorher mehr Angst haben als vor Nordkorea. Er hat seinem Ausdruck jetzt quasi noch zusätzlich Beweise verliehen. Im Endeffekt hat seine Firma OpenAI eine KI programmiert bzw. lernen lassen, die jetzt gestern gegen einen Dota-Champion angetreten ist. Dota ist ein Online-Spiel, ein sehr beliebtes. Und im ersten Match hat sie ihm bereits geschlagen. Eine sehr beeindruckende Leistung, vor allem da Dota eben kein künstliches Spiel wie Schach oder Go ist. Sondern ja tatsächlich ein normales, offenes Videospiel. Und noch dazu natürlich in Dota geht es um Krieg oder um Kampfhandlungen. Dementsprechend Elon Musk hat quasi bewiesen, dass KI uns auch in Kampfhandlungen schlagen kann, auch wenn sie denn nur virtuell sind. Wir kommen zu Opera und Opera hat vor drei Jahren ungefähr Opera Max vorgestellt. Das war quasi ein Dienst, der zum Sparen von Daten da war. Das war ein eigenes VPN, das man einrichten konnte. Und mittlerweile wurde Opera Max eingestellt. Eigentlich sehr schade, auch wenn Datenguthaben natürlich seitdem wesentlich mehr wurden. Trotz allem gibt es immer noch Regionen, wo man auf die achten muss und schauen muss. Oder halt einfach günstigere Verträge mit weniger Datenguthaben. Ich habe Opera Max selbst ab und zu ganz gerne genutzt, muss ich gestehen. Mittlerweile hat der Dienst eben leider eingestellt. Das Produkt hat eine grundlegende andere Aufgabe als unsere Browser-Produkte und stellt einen anderen Fokus für Opera dar. Wir wollen uns daher auf Browser- und Commons-Dienste fokussieren, so Opera offiziell zur Einstellung. Wir kommen zu Facebook und dort geht es jetzt quasi mehr oder weniger den Kleinanzeigeportalen an den Kragen. Im Oktober letzten Jahres ist in den USA Facebook-Marketplace gestartet. Quasi eben ein Kleinanzeigenportal direkt in Facebook. Dieses startete jetzt gestern auch offiziell in Deutschland. Ja, bleibt abzuwarten. In den Apps sollte es schon integriert sein. Einfach mal aufmachen und nachschauen. Da gibt es so ein kleines neues Icon jetzt. Und damit kommt ihr direkt zu den Marketplaces. Wir kommen zu Android 8 und das soll jetzt endgültig am 21. August veröffentlicht werden. Es gab bisher das Gerücht, dass Android 8 quasi am 08.08. kommt und man das nutzen mag. Mittlerweile hat Evenplus quasi geleakt. Das ist ein sehr Android-naher Leaker, von dem wir gleich noch was hören werden. Dass es am 21.08. kommen soll. Evenplus gilt als sehr zuverlässig. Es gibt auch ein paar andere Leaker, die dieses Datum rausgebracht haben. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es stimmen wird. Und damit Android 8 nächste Woche dann offiziell released wird, für die, die das Update gleich am Anfang bekommen. Das werden wahrscheinlich nur die Besitzer von Pixel-Geräten leider sein. Wir bleiben bei Evenplus, wie gesagt. Kommen zu einem anderen Leak. Im Endeffekt wissen wir mehr oder minder schon, dass Samsung am Unpacked-Event am 23. August wahrscheinlich das Note 8 vorstellen wird. Evenplus hat jetzt auch ein anderes Gerät inklusive Bildern schon ein bisschen vorab rausfallen lassen. Die Gear Fit 2 Pro wird vorgestellt werden. Eine neue Smartwatch, die sich vor allem auf Sportler richtet. Die hat GPS integriert. Die ist wasserdicht. Die setzt auf Tyson. Was das Ganze ein bisschen besonders macht, sie soll unter anderem die Version, also offline quasi Spotify-Zugriff bieten. Das heißt, ich kann Spotify-Playlisten offline abspeichern. Ist natürlich eine sehr wichtige Funktion, wenn man dann unterwegs, abseits vom Smartphone, Sport machen will. Und dabei gleich direkt von der Smartwatch Musik hören mag. Wir kommen zu Huawei und die haben was ähnliches vorgestellt. Das Band 2 Pro. Ebenfalls ein Fitness-Armband mit 0,91 Zoll Display. Setzt auf Android 4.4. Also setzt nicht auf Android 4.4. Ist mit Android 4.4 und Apple iOS kompatibel. Ja, ein 21 Gramm schweres Band. Bis 5 ATM wasserdicht. Das auch GPS integriert hat. Und einen Puls-Sensor und auch VO2 Max quasi messen kann. Sehr spannendes Gerät, vor allem weil es nicht wirklich dick ist und relativ lang einen Akku hat. Ich glaube, das werde ich mir auch ansehen müssen. Das Band wurde offiziell vorgestellt. Für 99 Euro soll ab Ende August erhältlich sein. Kommen wir zu Pokémon Go. Und dort gibt es ein neues, legendäres Pokémon. Wahrscheinlich das bekannteste. Mewtwo wird den Weg ins Spiel schaffen. Vorher ist aber nur ein exklusiver Rates als neuer quasi Endboss. Wir schließen mit den News zu Apple. Und dort gibt es neue Betas für iOS 11, macOS, hsera, tvOS und watchOS. Für Entwickler bereits die vierte Beta. Kurz nach der Entwickler Beta kam auch schon die Public Beta für alles außer watchOS. Da gibt es ja keine Public Beta. Was insofern überraschend oder spannend ist, die letzte Beta war erst letzte Woche. Sie waren ja bisher bei einem 14-tägigen Rhythmus. Mittlerweile sind sie beim Ein-Wochen-Rhythmus angekommen. Wir dürfen also ziemlich sicher davon ausgehen, da die Einschläge jetzt quasi näher kommen, dass ein Release in Bälde vor der Türe steht. Das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Feiertag und könnt den genießen. Wenn nicht, wünsche ich euch, dass euer Arbeitstag möglichst schnell vorbeigeht und ihr dann eure Freizeit genießen könnt. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.